Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen sind, würde ich mich natürlich richtig übernommen freuen. Außerdem bewerte, kommentierte und teile das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Items Shop an. Und heute haben wir wieder nur einen neuen Emote. Ansonsten keine neuen Skins. Ich glaube, es sind auch gar keine Mane-Game-Files, die veröffentlicht werden können. Auf jeden Fall haben wir als erstes den Hay-Skin im Standard- und im Extrem-Stil. Dazu die Sternenwuch-Spitzhacke. Dann haben wir den Moxie-Skin. Einmal im Standard- und dann im Dunkel-Stil. Dazu dann die Schlagfertige-Axt und die Abkühlung-Lackierung. Dann haben wir den Leviathan-Skin. Mit der globalen Hacke. Und der Kilmark-Häule-Spitzhacke. Und dazu dann noch der Planetensonde-Gleiter. Dann haben wir noch die Sternboten. By the way, hier die Haare sind ja komplett strange, wie die einfach rumflackern. Egal. Dann haben wir noch den Front-Sperr-Skin. Den Big-Food-Skin. War, glaube ich, auch schon ziemlich lange nicht mehr im Shop. Habe ich zumindest lange nicht mehr gesehen. Dann haben wir noch den Huda-Emote. Auch schon seit Längerem nicht mehr im Shop. Dann Breakdance. Und dann als letztes. Schwere Schritte. Auch als Fortbildungs-Mode. Und das ist zum Big-Food-Skin. Passend. Gibt zwar hier kein Set, aber steht dir immer in der Beschreibung dabei. Das war es dann auf jeden Fall mit dem heute im Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.